Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Angela. Ich habe das halbe Jahrhundert hinter mir und wohne im Rheinland. Ich bin verheiratet, habe zwei Katzen. Ich habe mich als Kind schon für die Nähmaschine von meiner Mutter interessiert, nur die stand mit ihrer auf Kriegsfuß und konnte mir nichts beibringen, also habe ich da nicht viel mitgemacht. Ich habe dann lange nichts gemacht, weil es gab ja auch, damals hatten wir ja nichts, es gab ja kein YouTube oder irgendwelche Online-Anleitungen und wenn du keinen hast, der dir es zeigt, dann wird das halt nichts. Ich habe mir dann irgendwann noch mal eine zu Weihnachten schenken lassen, so eine Aldi-Singer und kam damit überhaupt nicht klar und sollte dann irgendwann Vorhänge nähen für ein Wohnmobil und bin schon an den Vorhängen gescheitert. an dem einfachen Tunnelzug und habe die dann eingetauscht bei einer Frau dafür, dass sie mir diese Vorhänge näht. Ich habe gedacht, das war es dann jetzt mit dem Nähen und habe dann aber irgendwann doch noch mal einen Versuch gestartet, wieder mit so einer Aldi-Singer. Und damit bin ich ganz gut klargekommen und dachte, okay, dann mache ich mal einen Nähkurs. Und da habe ich dann gelernt, so einfach mal so eben nähen geht nicht. Das ist alles ganz furchtbar kompliziert und tausend Schritte und man muss rechnen und alles ganz akkurat und du kannst nicht einfach mal so heben. Ja, also ich war kurz davor aufzugeben und dann habe ich aber das Internet entdeckt, beziehungsweise das Internet kann ich schon vorher, aber dann habe ich Online-Kurse entdeckt und YouTube-Anleitungen und irgendwann dann eben auch Kaizo. Und da war ich Feuer und Flammer. Das ist super, das ist genau so, wie ich das gerne hätte. Das ist nicht so abzirkeln und da noch ein 3 Millimeter oder so, sondern es wird schon passen und wenn nicht, dann machen wir es passend. Und ja, das war super und ich fand Sven ja toll und auch die Kaizo-Gruppe, die Online-Gruppe bei Facebook bin dann auch irgendwann zu einem Treffen gefahren. Also ich hatte den Oberteil-Grundkurs oder den Oberteil, das Komplettpaket. Und da gab es dann auch einen Kurs zu und habe mir dann auch den Hosenkurs geholt und habe dann irgendwann gedacht, so nee, also ich brauche dieses VIP und habe dann die VIP-Mitgliedschaft erworben und gedacht, es sind keine Sekunde bereut. Ich freue mich immer noch, es ist immer noch eine meiner Lieblings, eigentlich meine, die Lieblingsgruppe bei Facebook und die Treffen sind super und ja, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Und jetzt mache ich bei der Newe-G mit und ich bin ganz stolz, dass ich ausgewertet, ausgewertet, ausgewählt wurde und ja, wir sollen euch ja unsere Entwürfe zeigen und das ist auch etwas, wo ich mich nicht ganz so wohl fühle, weil ich nicht richtig gut zeichnen kann, aber ich habe was entdeckt und zwar bei mybodymodel.com kann man sich so eine Zeichnung machen lassen mit den eigenen Maßen und die benutze ich jetzt, um da meine Entwürfe zu zeichnen und ja, die zeige ich euch jetzt. Also, als erstes habe ich mir mal meine Maße hier vorne reingeklebt, damit ich nicht immer nachmessen muss. Ich hoffe, dass sie sich in den nächsten zwei Wochen nicht verändern, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Meine Schnittmuster passen immer nur für eine gewisse Zeit und dann nehme ich entweder 10 Kilo zu oder ab und ja, ich muss immer neu messen, das sind jetzt so mehr oder weniger die aktuellen Maße. Ich nähe sonst eigentlich, ich bin so mehr der Jeans und T-Shirt-Typ und nähe sonst eigentlich gerne sowas wie easy peasy oder so und wollte mich jetzt mal an Kleider und auch an Webware wagen und dachte, Leinen wäre schön. Schöne Leinenkleider oder Leinenklamotten für den Sommer. Hier habe ich mal ein, ja, etwas längeres mit einer, wo die Taille hier angesetzt ist und gekräuselt. Ich brauche auf jeden Fall Taschen. Ich würde auch gerne mal einen V-Ausschnitt machen, das ist auch nicht so das, was ich sonst so mache. Und ja, jetzt kommen so ein paar ähnliche Kleider, wo ich immer überlegt habe, wo ich denn die Taille hinsetze. Da ist es ein bisschen höher und hier vorne, das soll eine Kellerfalte sein. Vielleicht auch so tief ausgeschnitten, dass man eher noch einen Top oder sowas drunter trägt. Die Farben habe ich jetzt einfach nur so. Die Farben haben nichts, keine Aussage. Hier ist das Ganze in etwas kürzer und die Kräuselung fängt oberhalb vom Busen an und hier sind kleine angesetzte Ärmel. Und ja, hier habe ich mal versucht, mir die einzelnen Schnittteile so vorzustellen. Also hinten weiß ich noch nicht, ob ich das zweiteile, um so eine Rundrücken-Hohlkreuz-Anpassung zu machen. Das wäre dann eine Leinenhose. Ich habe das Bild irgendwo bei Pinterest oder so gesehen. Das ist ganz tricky. Da ist unten nochmal sowas angesetzt. Das sieht auf den Bildern immer sehr schön aus. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich habe versucht, das zu malen, wie ich mir vorstelle, dass das Schnittteil dann aussehen müsste. Bin aber noch nicht so sicher, ob das so stimmt. Mal gucken, was die anderen Mädels dazu sagen. Ja, das wäre ein Oberteil, was so gebunden wird. Also diese langen Teile vom Wickeloberteil werden dann im Rücken gebunden und machen hier, gerade da, wo mein Hohlkreuz ist, glaube ich, eine ganz schöne Silhouette. Aber natürlich nicht in diesen Farbe. Das habe ich, wie gesagt, ich zeichne mir so vor mich hin. Hier habe ich mir das mal so in schwarz vorgestellt. Und hier habe ich mir vorgestellt, wie die Teile so aussehen müssten. Also das wäre dann der Rücken. Das ist vorne das Unterteil. Und so müssten dann ja eigentlich die einzelnen Teile vorne sein. Aber ich bin noch nicht weit gekommen. Das sind alles nur Entwürfe. Die Wickelgeschichte hat mich nicht losgelassen. Das wäre natürlich eher nicht für Leinen, sondern für was Weichfallendes. Eine Kapuzenjacke, die auch so gewickelt wird. Definitiv tiefer Ausschnitt, sodass man was drunter trägt. Und da habe ich auch mir überlegt, wie die einzelnen Schnittteile wohl so aussehen müssten. Also ich hoffe, dass ich bis zur Ne-WG noch ein paar Probeteile machen kann, dass ich da ein bisschen mehr weiß, wenn es denn so weit ist. Ja, das soll in Wirklichkeit natürlich nicht so durchsichtig sein, aber mir gefällt dieses asymmetrische Zipfeliegel ganz gut. Und auch hier mal ein anderer Ausschnitt mit zwar so wie ein runder V mit noch einem kleinen V vorne dran. Das würde ich dann wahrscheinlich mit einem Beleg machen. Das wäre auch ein bisschen Neuland für mich. Und so stelle ich mir vor, wie die Teile aussehen müssten. Kommt noch was? Ne, das war es bis jetzt. Ich habe aber auch noch... Moment, ich drehe mal wieder um. Hallo? Ich habe aber auch noch Pläne für ein Jäckchen, definitiv ein Jäckchen. Und ich arbeite gerade an meinem aktuellen E2E-Schnitt. Da würde ich auch gerne was mitmachen. Und wie gesagt, ich schaffe natürlich nicht alles. Mal gucken, was davon in welcher Form dann bei der Ne-WG ins Leben tritt und bei der Modenschau präsentiert wird. Ich freue mich ganz doll und ich hoffe, es gucken dann viele zu und schreiben Kommentare und gewinnen DVDs und was es da alles gibt. Und ja, ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss.